Ich freue mich für diese tolle Überraschung, eine tolle Rede, ich bin wirklich gerührt und dann macht der Lukas uns noch ein Foto hier. Poczekke, ich ordne noch ein bisschen. Also ein super Turnier, ich bin begeistert. Ich freue mich so viele Leute, aber es ist gut. Aber das ganze Trumaran perfekt vorbereitet und super. Also, ihr habt ja in 14 Tagen... Der nächste ist 24. Ich spiele da nicht mit, Andreas spielt mit, der ist im Moment besser als ich. Andreas will ich spielen. Gut.